So, hallo und herzlich willkommen zur nächsten Podcast-Episode Modern Talking. Michi, ich grüße dich. Hi. Und ich starte mit einer Frage an dich. Stell dir mal vor, du würdest einen Horrorfilm oder einen Thriller ohne Sounddesign bzw. Soundeffekte und Musik schauen. Funktioniert der noch? Naja, dann wäre es, glaube ich, kein Horrorfilm mehr, sondern hätten wir einen Stummfilm. Erstens das und zweitens war das genau der Punkt. Also heute soll es ein bisschen darum gehen, wie wichtig denn Musik und Sounddesign generell, auch Sprecher etc. für die Wirkung von Filmen ist. Enorm wichtig, um es direkt mal auf den Punkt zu bringen. Absolut. Denn, ja, wir steigen gleich tiefer ins Thema ein, aber Musik kann so, so, so viele, ja, verschiedene Aspekte einfach beinhalten, die auch wiederum eine ganz, ganz unterschiedliche Wirkung haben. Wenn man es mal so betrachtet, also ich habe es doch schon häufiger erlebt, dass viele Filmproduktionen oder Filmemacher ja halt eher aus dem Film kommen, aus der bildlichen Ebene und Musik wird halt irgendwie drunter geklatscht, damit man halt noch Musik hat. Oder auch das Audio-Thema wird oftmals sehr stiefmütterlich behandelt, aber wenn halt Musik bzw. Audio an sich nicht eins zu eins, hundertprozentig mit Video, ja, quasi Hand in Hand geht. Fühlt sich immer komisch an. Ist es einfach nicht gut. Beziehungsweise bei den Sachen, die man irgendwie am geilsten findet, zumindest geht es mir so, ich denke auch vielen anderen Leuten, ganz, wenn es jetzt um Musik geht und um Film, sind es meistens die, wo es halt perfekt ist und wo es eben perfekt gesinkt ist, wo die perfekt ineinander greifen, wo sich das nicht anfühlt, als wäre irgendwie der Sound so ein bisschen ein Fremdkörper zum Bild oder eben andersrum. Dementsprechend ist es alleine schon der Punkt mit, ja, wie synchron läuft das Ganze ab, wie es aufeinander abgestimmt, ist schon ultra, ultra wichtig. Ja, oder nimm mal von einfach auch großen Marken diese ganzen Sound-Shingles her. Ja, das sind die Dinge, die uns im Kopf bleiben, auch marketingtechnisch. Das ist nicht immer zwingend ein Bild, sondern Sound, ja, der klassische Ohrwurm-Effekt so ein bisschen. Ja, ich meine. Deswegen, also lass uns mal reingehen. Also Musik ist ja Punkt Nummer eins. Was, also was für Unterschiede gibt es denn in der Musik oder warum ist denn Musik an sich so wichtig? Naja, weil die Musik erzeugt ja immer so ein bisschen die Dynamik und auch die Emotionen, die im Film halt so abgeht. Ich kann was sehr cool wirken lassen mit Musik, ich kann was aber auch sehr mysteriös und spannend wirken lassen mit Musik oder eben, um zum Einstiegsbeispiel zurückzukommen, ich kann, was auch bei Horrorfilmen ein bisschen verschrien ist, weil es sehr einfach ist, aber ich kann auch diese typischen Jumpscares oder Gruselmomente erzeugen, sehr, sehr einfach mit Musik. Dementsprechend gibt die so den Grund, das Grundgefühl, bevor das Bild irgendwas macht, gibt eigentlich die Musik oder diese Stimmung vor. Genau und dementsprechend eben auch ganz, ganz wichtig für die Unternehmen da draußen oder auch für uns zum Beispiel, wenn wir Filme produzieren, die Musik gibt einfach auch den Ton vor. Ja, ist so. Kann man einfach so sagen. Also du kannst ja eine rockige Musik nehmen, eine elektronische, eine klassische Musik und all das bringt eben eine entsprechende Emotion mit, was man mit dem Unternehmen dann auch nachher verbindet, in Verbindung bringt. Und deswegen, ja ist das eigentlich, also es geht schon ein bisschen in eine Art konzeptionelle Ausrichtung, denn ja, wenn man das mal einfach so ein bisschen beobachtet, wie es Unternehmen richtig gut machen, dann hat das einfach auch einen roten Faden. Immer. Ja, es ist einfach eine ganz, ganz klare Linie vorhanden. Okay, wenn wir jetzt einmal drauf eingehen, Dani, wo kommt denn die Musik her? Also dass man vielleicht mal einen kurzen Einblick gibt. Logischerweise gehen wir jetzt nicht jedes Mal ins Tonstudio und produzieren eine Musik von A bis Z. Wir haben ja mittlerweile Gott sei Dank die Möglichkeiten in der modernen Zeit, dass man da sehr, sehr große Datenbanken hat online, die auch mit ein paar Google suchen relativ schnell zu finden sind, wo man quasi, ja, von, also sehr professionell produzierte Musik in jeder Richtung, in jeder Länge einfach auf Abruf bereit hat, wo man dann eben, ja, eine Gebühr. Genau, also deswegen auch unsere Empfehlung, es gibt sogenannte lizenzfreie Musik und es gibt lizenzierbare Musik. Natürlich gibt es auch für gewisse Zwecke Musik, Arten oder Titel, die lizenzfrei funktionieren, aber wir merken doch schon auch auf den Plattformen, wo wir unterwegs sind, das sind enorm professionell produzierte Titel. Teilweise auch von richtig, ja, namhaften Künstlern und da macht es halt schon Sinn, einfach auch eine Lizenz zur Verfügung zu stellen, weil die Qualität wirklich, wirklich richtig, richtig stark ist. Voll. Und wir haben ja auch teilweise, also es gibt ja sehr viel in dem Bereich, haben wir letztens auch wieder gehabt, von diesen ganzen, sag ich mal, sehr, sehr klassischen Stücken oder so. Da ist es ja oft so, dass das Stück selber schon lange nicht mehr Copyright geschützt ist, sondern einfach dann derjenige, der es nachgespielt hat, irgendwie Credit kriegen muss. Aber genau, also es ist theoretisch heute einfacher als jemals zuvor, Musik, die noch nicht irgendwo benutzt wurde oder die halt auch bedenkenlos benutzbar ist für euch, zu finden in solchen Plattformen, das ist kein Problem. Und dann auch noch ein wichtiger Punkt, das verwechselt man vielleicht manchmal ein bisschen, aber Musik ist wirklich nur die Musik an sich. Genauso wichtig ist in Filmen mal mehr, mal weniger das sogenannte Sounddesign. Absolut. Ja, also ich mache mal ein klassisches Beispiel, Automobilwerbung, ja, nimm mal einen Porsche-Werbespot ohne Sound. Ja. Da ist der ganze Gag eigentlich verloren, ja. Also die Immersion, dass ich mich irgendwie reinfühle in das Video, das ist wieder so, da sind wir wieder bei diesem Thema Fremdkörper. Wenn das muss sich halt alles anfühlen wie aus einem Guss, das Sounddesign in Verbindung mit Musik und dann eben mit Effekten. Also das sorgt halt für eine ganz andere Art von Immersion und wie ich mich da quasi einlassen kann auf diesen Film. Und ist wirklich so, also gerade dieses Beispiel auch bei Werbung ist es unheimlich befremdlich, wenn man dann auf einmal den Sound einfach wegmacht oder irgendwie Soundeffekte weglässt. Dann fällt es einem erst auf, wie wichtig das auch ist. Man kann hier vielleicht kurz anknüpfen, also es ist noch nicht öffentlich, aber wir sind gerade an einer neuen TV-Spot-Produktion dran, also wirklich ein Werbespot im Fußballbereich. Und man kann hier eigentlich sagen, dieser ganze Spot funktioniert zu 80% nur aufgrund des Sounddesigns, ja. Und das wird auch wirklich komplett alles in der Postproduktion gemacht, also das sind dann Zuschauer, die jubeln, ja, irgendwelche Pfeifen vom Schiedsrichter, solche Dinge. Das gibt halt einfach das Gefühl, ja. Ja, als wärst du da, ja, genau. Dementsprechend das zum Thema Soundeffekte, Sounddesign, vielleicht noch als quasi letzter Punkt, so die Geschichte Sprecher. Ja. Sprecherin natürlich auch. Also professionelle Sprecher quasi. Ja, natürlich, genau. Auch ein Thema, was sehr, sehr wichtig ist, vor allen Dingen halt in diesem Bereich Werbe- und Imagefilme und Werbespots und sowas, mit was wir es halt häufig zu tun haben. Vielleicht können wir da ja kurz irgendwie umreißen, wie das denn läuft. Ja, genau. Also vielleicht kurz vorweg, das ist tatsächlich ein etwas größeres Thema als jetzt Musik. Also auf Musikplattformen kann man sich quasi, ja, kann sich jeder anmelden. Bei uns ist es jetzt so, ja, wir sind als verifizierte Filmproduktion auf Plattformen unterwegs, wo wiederum verifizierte Sprecher, professionell ausgebildete Sprecher sind. Und hier erstellen wir immer Castings. Ja, das heißt, das funktioniert auch alles online. Wir können eben unsere Anforderungen reinstellen, nach einer Frau, nach einem Mann, auch ausländische Sprecher können wir anfragen. Und dann bewerben sich die Sprecher, oftmals mit verschiedenen Demos und dementsprechend können dann unsere Kunden für die Projekte auswählen, welcher Sprecher ihnen am ehesten zusagt. Ja, und man kann schon auch definitiv sagen, ein Sprecher oder auch eine Sprecherin. Ja, man muss schon fairerweise sagen, dass es immer noch eher an einen männlichen Sprecher gedacht wird bei ganz vielen Filmen. Wir haben jetzt doch auch schon häufiger eine Frau genommen, weil eine ganz, ganz andere Emotion transportiert wird. Wir haben für eine Volksbank einen Imagefilm gemacht mit einer weiblichen Stimme. Das waren Welten zu einer männlichen Stimme. Und da merkt man halt auch, wie krass entscheidend die Auswahl der richtigen Stimme für mein Projekt ist. Voll, voll. Also vielleicht kann man da auch ergänzen. Also ihr habt den Michi gerade gehört, nur weil wir das ein oder andere Mal auch so Sprecherangebote bekommen über alle möglichen Social-Media-Kanäle. Wir nutzen Casting-Plattformen dafür, das ist ja lieb gemeint, aber wir sind da eigentlich meistens schon versorgt. Das heißt, wenn ihr da rumlauft als Sprecher auf diesen Plattformen, dann finden wir euch auch da drüber. Nur weil es mir gerade einfällt, weil das öfter mal kommt. Genau, von dem her, da sind wir ganz gut bedient. Sonst, ja gut, genau wie du sagtest, unterschiedliche Wirkungen von Sprecherstimme, klar, das ist halt auch was, wo man einfach manchmal so ein bisschen vielleicht probieren muss, sich mal eine Variante A und B anhören muss, mal gucken muss, wie die verschiedenen Stimmen wirken. Ja, es ist ja schon lang bekannt, dass irgendwie die meisten Service und Hotlines und so, dass die eigentlich immer Frauen präferieren, weil man sich irgendwie nicht besser aufgehoben fühlt oder mehr Vertrauen fasst oder so. Aber passt auch wieder zu dem Punkt, dass es ja ein sehr, also der Volksbank-Film war extremst Heimat betont und sollte so ein Geborgenheitsgefühl auch ein bisschen erzeugen und dafür war eine Frauenstimme welten besser, als es jeder Mann wahrscheinlich eingesprochen hätte. Genau, das stimmt. Also das ist das Thema Sound. Das ist das Thema Sound, Musik und Sprecher. Ansonsten, wenn Fragen dazu aufkommen oder wenn man Hilfe diesbezüglich braucht, wir sind die richtige Adresse dafür. Ja, dann hoffe ich, dass wir wieder ein bisschen was gelernt haben heute. Und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis nächstes Mal dann. Ciao.